Abquete 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 Boah, ich muss ja mal irgendwie was essen, neun Uhr gleich schon Flühen Funger Wollen wir das noch für dich hier Musst du was essen Funger Jetzt werde ich noch zum Tier Zum süßen Kettchen werde ich dann Wildes Kettchen werde ich Eine Pussimussi Abquete Abquete Dankeschön und der letzte Kandidat Gut So das heißt ich brauche noch 4x6 sind 4x6 sind 48 upgrades Stopp Stopp Die Nasser Generator Ach Toni ist jetzt da oben Ja Und dann sonst Ich hab's verpeilt, dass der hochgegangen ist hat jemand noch eine leere zelle nein egal direkt anschließend die bettche alter wer war das was war das keine ahnung weißt du was das war ich auch nicht alter nicht in die luft gegangen nein keine ahnung ich stand nur neben den nether generator das ist ja passiert blau ab hatte mal blau ab ist doch vom kippe oder nicht eigentlich ja also ich müsste mal neu spritzen und habe ich gleich gar nicht an das hat mich denn der ganze zeit geboxt also nicht oder darf man nicht zu nah dran stehen alter geht er nicht zu nah dran ernsthaft man kriegt schaden davon von was wenn man an dem generator ist an welchen generatoren geil selbst wenn ich alter der haut zu viel schaden rein alter ich hatte gerade noch zwei herzen je näher dran kommst du mehr schaden bekommst du ich kann nicht mal auf das feld gehen hier schon schaden aber es läuft ja alles muss mir so eine kammer da rum bauern blöck alter kommen unten warte gleich aufpassen dass du nicht stirbst geh nicht als erster feld das ist einfach unsere abwehr ja das ist lenny ab abwehr wegen der kann da steht jeder dran komm mal schnell nach unten sekunde 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 schnell 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 du musst erst mal angucken gerade übrigens black ja die an echo läuft der rest läuft jetzt mit dem tesserakt ok dann ist das auch mit den items wo wir schicken besser da ich den tesserakt der ist dann im mailsystem angeschlossen unten ist unten dran und treppen oder komm mal hinten in den raum rein guck mal wie schnell der die ender dinger dupliziert ich weiß nicht warum ich keine ender pennen kriege ich aber der dupliziert die on mass der dupliziert die on mass guck mal weiß voll komisch ne ich krieg keinen ender pennen raus aber der dupliziert die on mass ja wohl keine ahnung was ich an mass komischerweise dass er die sehenden nicht macht ne hier zeigt er die grow an aber major mature war das nicht voll ausgereift ich hab dir übrigens den papier gegeben oh sweet major müsste ausgewachsen sein ja aber warum krieg ich dann keine ender dinger keine ahnung hast du es falschrum eingestellt dass unten die äh dingens hinkommen nein nein der pumpt die noch nicht mal raus gerade der macht ja nur seeds hier der baut die sofort ab wieder er setzt sie hin und baut die sofort ab dann machen wir mal so irgendwas muss doch da falsch sein dann irgendwas ist da falsch jetzt hin und ins sind die abgebaut obwohl die voll sind wie war das wenn in der tank nochmal da hoch oder runter zum senden keine ahnung das ist komisch hier nein ich brauch noch mehr quats ich hab kein quats mehr ich hab da oben hinten noch quats nether quats warte mal ich hol mir mal gerade anderes zieht es hier raus das sollte so gehen was habe ich hier close down dia wo wir jetzt dia dupliziert in diesen massen ne würde ich mir kaputt schreien planter 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 rein setzen ne der ender dinge haben irgendwelche probleme die macht er zum beispiel die pflanzt er an und lässt sie in ruhe na da will ich nicht hin da krieg ich wieder schaden hä krieg ich jetzt keinen schaden mehr komisch jetzt krieg ich keinen schaden mehr pro tic wurde das energie oder die energie oder opleid oder sowas keine ahnung das kann natürlich auch sein hm jetzt haben wir probleme mit den ender dingern hä warum macht der da das denn nicht ist ja ein bisschen komisch hier macht mich gleich wir haben einfach alles hm wir haben einfach die geilsten sachen jetzt wir haben einfach red pack und alles wir haben zwei portal guns wir haben die geilsten spezak und die geilsten äh kniever äh kniever rapiere was bringt diese magnum torch eigentlich 64 blöcke da rum können keine monster spawnen oder überhaupt nicht aufhalten ok ok ohne schlecht ohne schlecht ohne die geflappe hört auf wo stirbt mal gleich oder wo bist du grad was willst du von mir ne was du grad meinst wegen sterben hier unten kommen wir runter hier guck mal die sind sofort instant ausgewachsen das kann doch nicht normal sein oder man kriegt zwei hä die enderseeds haben doch irgendwelche probleme jetzt geht das das geh mal bitte weg centus geht doch einfach ach blackmail saub centus warte mails ähm irgendwelche probleme machen die doch centus darf sich einmal schnallen nein hau ab warte gibt es eine andere id davon was haben die für eine id die haben eine andere id anscheinend ok warte mal was willst du hier drüber anfassen es kommen drei reihen ender und drei reihen kohle so weil die zum beispiel die sind sofort wieder ausgewachsen das kann doch nicht passen die sind sofort gemage hat wieder ne leid die falsche id ja dann kommt das durch ein planter dann macht der planter oh gehen wir auch einfach vom feld weg gerade hier man du hast schon mal gesagt weil irgendwann wieder ein heul doch man man ey auf ich krieg noch nicht mal ender dinge raus ich krieg nur ebene vier und drei sind ganz schön viele slimes ja ich weiß die gehen nur mal muss ich die selbst anpflanzen ernsthaft und zu haben warte will ich jetzt könnte ich aber kotzen da ich dann ich dann wir das dann dann Das heißt, hier fällt der Plan direkt.